Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Novel Katawa Chojo. Heute wieder mit unserer Star-Besetzung, wie immer. Mit mir, Suzuki und... Sato. Du musst schon ins Mikro sprechen. Sato, mein Gott, ey. Super. Du sitzt ja auch viel näher an dem scheiß Mikro ran. Ja, und du könntest dich auch näher ran setzen. Muss ich einfach hier kuscheln, nee, das will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Nee, dann bleib weg. Ja, klar. Zieh es dir einfach näher... Jetzt, so ist es auch gut. Okay, ich glaube, wir machen einfach mal weiter, oder? Gute Idee. Ja, wir machen weiter, ja. Jetzt wäre es auch schön, wenn ich den Text sehen könnte. Mikrofon, Ständer ist jetzt so groß und Bilder... Naja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Hat ja auch letztes Mal so geklappt. Weißt du, ich sehe das mit meinem linken Auge. Ich bin Pirat. Ne? Ich sage, das ist jetzt nichts. Also, das Klingel meines Weckers reißt mich aus einem unruhigen Schaf. Das fängt ja schon gut an. Oh, ich habe nichts gedrückt. Nee, da habe ich gedrückt. Okay, ich bleibe unter der Decke und versuche mich aufzuraffen. Irgendwann gehen mir die Ausreden aus, wieso ich liegen bleiben sollte. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten den ganzen Tag hier bleiben. Nach einer so langen Zwangspause ist der Schulalltag überraschend anstrengend und der Kulturschock wirkt immer noch nah. Obwohl ich den Eindruck habe, dass Schwänzen ja keine große Sache ist, glaube ich nicht, dass ich so einfach damit durchkommen würde. Außerdem würde mir Doc, also Nurse, wahrscheinlich, wieder auf die Fersen treten mit seinem Gerede von Fitness. Am Ende stehe ich dann doch auf, nehme meine morgendlichen Medikamente und ziehe meine alten Fußballsachen an. Fußballs, da wollte ich jetzt schon mal. Ich sehe es halt immer nur mit einem halben Augen an, also mit einem halben Augen. Und die Ecke lesen ist nicht so einfach, ja. Und um die Ecke denken erstmal. Wegen meiner Verfassung wurde ich vom Sportunterricht an der Yamaku befreit. Deswegen habe ich auch keine Sportsachen erhalten. Drama Green. Ich könnte mir welche für Anlässe wie diese nun geben lassen, aber die alten Fußballsachen zu tragen ist irgendwie nostalgisch. Ja, vor allem zieht er jetzt diese alten, stinkigen, ungewaschenen Fußballsachen an und fühlt sich darin voll geil. Woher weißt du, dass sie ungewaschen sind? Typisch Fußballsachen. Es gibt auch gewaschene Fußballsachen. Glaubst du, er hat Zeit zum Waschen? Aber seine Mama fünf Monate... Alter, er ist impotent, er wird dafür keine Zeit haben. Aber seine Mama fünf Monate hatte sie Zeit, um die ganzen Sachen zu waschen. Wer weiß, vielleicht ist seine Mutti Jan Messi. Na und, das heißt aber noch lange nicht, dass sie die Saschen... Dass sie Sascha nicht wäscht, ja. Ja, Sascha. Tja, das werden wir noch erfahren. Wahrscheinlich nicht. Ich drück einfach mal weiter, okay? Fußballspielen kann ich sowieso nicht mehr. Vielleicht können sie auf diese Weise ein neues Leben beginnen. Ein bisschen so wie ich... Was ist die Leute oder die Fußballsachen? Die Fußballsachen wahrscheinlich. Die sind ungewaschen, eindeutig, sonst würden sie nicht um die Ecke laufen. Und ein neues Leben beginnen. Ja. Tja, ich mach mich los, ich beginne ein neues Leben. Komm du mit deiner Impotenz irgendwie klar? Ich verpiss mich. Ja. Und dann waren seine Fußballsachen weg. Ja. Doof gelaufen. Wenn ich sorgfältiger mit meinem Körper... Ich wollte jetzt spielen, sag. Nee. Warum? Na, weil es passt. Wenn ich sorgfältiger mit meinem Körper umgehen will, kann ich mir keine Nachlässigkeit leisten. Ich werde mit den Grundlagen anfangen. Zum Beispiel, indem ich den Rest meines Körpers fit halte. Viel mehr kann ich nicht tun, um mein Herz zu stärken. Vielleicht kann ich dann so etwas Ähnliches wie ein normales Leben führen. Oder zumindest eines, bei dem ich keine Angst haben muss, jeden Moment tot umzufallen. Oder tot aufzuwachen. Ja, oder tot aufzuwachen. Ja. Also dafür hätte ich ja noch mehr Angst. Hm. Oh, ein Sportplatz. Zu meiner Überraschung bin ich nicht der Einzige auf dem Sportplatz. Nicht nur, das ist auch noch ein bekanntes... Was? Nicht nur, es ist auch noch ein bekanntes Gesicht. Das Mädchen mit den Beinprothesen, das mich gestern im Flur über den Haufen gerannt hat, läuft geschmeidig um die Bahn wie eine halbmechanische Gatshände. Hm. Zeit zu jagen. Nicht dieses Jagen. Wie war ihr Name nochmal? Er war kurz, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sie scheint einen leichten Dauerlauf, einige Runden zu absolvieren. Ihre Beinprothesen... Beinprothesen... Wie ist das hab ich jetzt gesagt? Dass du dich nicht an den Namen erinnern kannst. Ja. Jo, das kann ich auch nicht mehr. Ich auch nicht. Ihre Beinprothesen klackern rhythmisch auf der Bahnhoferfläche. Ich frage mich, warum sie so früh am Morgen läuft. Vielleicht ist es ein ähnlicher Grund wie bei mir. Und das arme Ding wird genau wie ich vom Dock zum Joggen gedrängt. Armes Ding. Ich wäre jedenfalls sicher nicht hier, wenn es nicht um meine Gesundheit geht. Und er mich nicht aufgefordert hätte. Trotz alledem bin ich nur so früh hier, weil ich die Sache hinter mich bringen will. Insgeheim habe ich gehofft, dass um diese Uhrzeit niemand meine ersten erbärmlichen Versuche wieder in Form zu kommen beobachten würde. Ich würde ja gehen, aber es sieht so aus, als hätte mich meine Angreiferin von gestern auf ihrer letzten Runde bemerkt. Oh, tja, wer ist jetzt hier der Jäger und wer der Gejagte? Ja. Sie winkt mir fröhlich zu und joggt drüber. Ha, dein Einsatz. Okay. Guten Morgen, Hisau. Äh, ja. Guten Morgen, du bist Hisau, oder? Sie grinst. Einscheinend ist sie stolz, dass sie sich an meinen Namen erinnert hat. Ja, soweit sind wir nicht gekommen. Ja, nee, nicht wirklich. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr an mich. Oh, ja. Emi, ich habe dich gestern im Flur umgerannt. Ach, ja, da. Sag Emi. Ich wusste es. Fräulein Ibarazaki. Ach, Saki. Sie imitiert Misha, wie diese Shizuna imitiert. Aber sie schafft es mit... Was? Sie imitiert Misha, wie diese Shizuna imitiert. Alter, Inception, oder was? Du siehst aus wie ein Mädchen, das aussieht wie ein Junge. Oh, yeah. Aber sie schafft es mit ihrer hohen Stimme nicht, an Mishas Sing-Sang heranzukommen. Wie könnte ich so eine... Was? Wie könnte ich so eine... So, äh... Direkte Vorstellung vergessen? Emi hat immerhin genug Anstand, einen Moment lang peinlich berührt, reinzuschauen, bevor sie dann doch anfängt zu kichern. Hihihihi. Ey, ich mach das hier. Ja, du da, ey. Dann kichere. Musst du schneller sein. Hihihihi. War gut, oder? Nein. Okay. Ja, entschuldige bitte. Nochmal. Hm, solange du das nicht zur Gewohnheit machst, ist das schon okay. Immer mit den Brüsten voraus. Und dann ist alles gut. Großartig. Sie ist auch dafür. Ja. Tolle Idee, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob sie verstanden hat, dass das ein Scherz war. Das war kein Scherz. Der wollte ich scherz sagen. Ich wollte es mal nicht jetzt ernst. Also die Spionberaterin, von der er doch gesprochen hat, dann bist du das. So ist es. Oh. Um ehrlich zu sein, ich hatte jemanden vom Pflegepostenor erwartet. Was? Sehe ich etwa nicht so, als könnte ich eine Spionin sein. Nein. Ich bin eher erleichtert. Ich hatte Angst, jemand würde mich hier auf Schritt und Tritt überwachen. Es sei denn, du bist hier, um genau das zu tun. Er treten kann so sein. Das ist ein Metallbein. Auf jeden Fall. Ja, mit dir auf dem Fuß. Nein, ich bin aus eigenen Gründen hier. Doc hat mich nur gefragt, ob ich auf dem Sportplatz einen neuen Schüler mit zerzausten Haaren, der ein bisschen verloren aussieht, gesehen habe. Hm. Ein Obdachlosen, oder was? Die kommen mir auch manchmal vorbei. Manchmal? Und warum bist du dann hier? Jemini nimmt eine dramatische Haltung an. Was ist das eine dramatische Haltung? Das ist ihr so? Keine dramatische Haltung, oder? Beide Hände vor die Brust. Also. Verstehst du das? Ja. Training. Wofür? Laufen. Ach so, du bist also in der Leichtathletikmannschaft. Jemini nicht begeistert. Wow. Ja, ich bin sogar eine der besseren Läuferinnen. Und auch noch so bescheiden? Hey, du sollst uns beitreten. Sportliche Betätigung ist gut für dich, weißt du. Ich denke, so viel sportliche Aktivität kommt für mich nicht in Frage. Nee, ich bin mir nicht mal sicher, ob mir Laufen überhaupt liegt. Außerdem ist Vereinssport eh nicht so mein Ding. Ha, Fußball. Hm. Das stimmt, Fußball hat mich auch nie wirklich vom Hocker gerissen. Ich meine, ich bin zwar mit meinen Freunden herumgandt, aber das war auch der einzige Grund, warum ich das jemals gespielt habe. Es ging mir definitiv nicht darum, auf dem Spielfeld Ruhm und Ehre zu finden. Jemini scheint zu verstehen, was ich ausdrücken will. Eine ganz schön dicke Wurst. Nein. Okay. Nein. Nein. Ja, heute bin ich der hier mit den... Begrüßt mache ich keine rassistischen Witze. Ja, aber das hat keinen Sinn. Unverstanden. Ausdrücken. Er hat was mit Ausdrücken gesagt. Naja. Langweilig. Lies deinen Text, du Textleser. Okay. Schon gut. Ich verstehe. Du bist nicht so eine... Augenkneist-Figma. Du bist nicht so in der Gruppenmensch. Aber da du jetzt schon einmal da bist, können wir ja auch zusammenlaufen. Oder? Ich habe das oder nicht gesehen. Was? Äh, ja, warum nicht? Jemini scheint sich zu freuen. Oh, wir haben sie glücklich gemacht. Wärmst du dich erst auf? Verdammt, ich habe da jetzt eben geschrieben. Wärmst du dich auf? Geschrieben. Gelesen. Ach, du hast das geschrieben. Ich habe das geschrieben. Ich habe das übersetzt. Für dich vielleicht scheiße, für andere Menschen kurz. Richtige Männer wärmen sich nicht auf. Die sind schon heiß. Oh nein, du soll... Was? Aber dich immer über den Spruch mit der Forst aufregen. Komm. Oh nein. Achso. Verdammt. Das hat sich jetzt auch für untramatsch angehört. Oh nein. Du solltest dich immer aufwärmen. Böser Hissau. Sitz, Platz. Sitz, Platz. Unde Platz. Sie schimpft ziemlich mit mir, lächelt dann aber und beugt sich zu mir hinüber. Tja. Ich hasse Aufwärmen auch. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Ich hasse es auch. Hihihi. So ungefähr oder so. Ohne Beine ist Aufwärmen immer sehr anstrengend. Plötzlich lacht sie laut auf. Und ich muss mir noch nicht mal die Beine dehnen. Das ist ein echter Schenkelklopfer. Ist das? Ist es? Alter, ich glaube, wir laden sie zu einer Fußmassage ein oder so. Das ist eine gute Idee. Weißt du? Weißt du, was hätte ich dir nicht mehr... Alter, jetzt hat sie gehüpft. Sie ist gehüpft. Weißt du, was hätte ich dir nicht mehr... Wenn man... Du musst doch schon reinsprechen. Warte, wenn man hier so Oberschenkel nur hätte, dann kommt da so ein Stück Metall und da hast du noch einen Fuß. Einen richtigen unten dran. Ist irgendwie voll doof. Vor allem würden die dir wahrscheinlich den Fuß auch abnehmen. Ich weiß, das ist ja auch irgendwie lustig. Wahrscheinlich in der nahen Zukunft, wo man alles regenerieren kann, wo man alles neu herstellen kann, bis auf das Gehirn und ein bisschen Bein. Und ein bisschen Bein. Das geht nicht, da... Das Schienenbein kann leider nicht ersetzt werden, aber wir können den Fuß ersetzen und das mit einem Teil verbinden. Mit einem Draht, weißt du? Mit einem Draht aus dem Baumarkt für 3,50 oder so. 3,50? Um ihre Aussage zu unterstreichen, springt sie ein paar Mal auf und ab. Sie wirkt, als ob sie auf ein paar Sprungfedern stünde. Ihre Laufprothesen scheinen ziemlich elastisch zu sein. Auf geht's! Wir laufen los. Ich erkenne sofort, dass sie nicht übertrieben hat, als sie sagte, sie sei eine gute Läuferin. Emis Bewegungen sind flüssig. Sie genießt es. Ich bin mehr damit beschäftigt, mich überhaupt richtig auf den Beinen zu halten. Die Finger locker, richtig? Und erst mit den Ballen auftreten, dann mit den Fersen. Ich versuche, meine Schritte an Emis anzupassen, aber das ist ziemlich schwer. Offensichtlich bin ich nicht besonders gut im Laufen. Hast ja auch keine Beinprothesen. Vielleicht kann mir Emis mal dabei helfen. Mehr als ein paar Runden schaffe ich heute, aber beim besten Willen nicht. Ich werde bald langsamer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal drücken darf. Nee, darf ich nicht. Okay. Emi läuft weiter und scheint erst zu merken, dass ich angehalten habe, als sie mich überrundet. Ja. Sie kommt prompt zum Spielstillstand. Während ich ziemlich keuchen muss, atmet sie immer noch gleichmäßig. Oh, und sie kommt aus der linken Seite reingefahren. Schon fertig? Wollen wir etwas schießen? Oh ja. Ich lasse reumütig den Kopf hin. Hä, ja. Ich bin momentan nicht gut in Form. Emi nickt und grinst mich wieder an. Das wusste ich. Sagt sie sich wahrscheinlich. Sie lächelt wohl oft und viel. Naja, das Wichtigste ist, dass du jetzt angefangen hast, oder? Oh, oder? Nächstes Mal musst du nur versuchen, länger durchzuhalten. Und dann noch länger und noch länger und zum Schluss bist du großartig. Ich werde es mir merken. Wow. Aber ich glaube, ich sollte mich jetzt für den Unterricht fertig machen. Du hast dich doch schon selbst fertig gemacht. Ja. Solltest du das nicht auch? Na. Emi zuckt unbekümmert mit den Schultern. Nö, klar nicht. Nö, ich hab doch reichlich Zeit. Mir fällt auf, dass sie keine Uhr trägt. Ach. Ja. Bist du dir sicher? Ein weiteres unbekümmertes Schulterzug. Nicht wufflich, aber ich muss erst mein Programm wählen. Aber den Rechner hat sie da noch nicht still, oder? Ich weiß nicht. Man sieht sich später, hieß er auch. Äh, ja, man sieht sich. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Experiment ein Erfolg oder ein Fehlschlag war. Aber ich gebe zu, es ist ein gutes Gefühl, heute früh schon draußen gewesen zu sein. Er ist kein Nerd. Verbrennt ihn. Und wie Emi gesagt hat, ich muss nur daran dranbleiben, um besser zu werden. Richtig? Übung macht den Meister oder so ähnlich. Es ist schön, zumindest das Gefühl zu haben, dass ich eine gewisse Kontrolle über meine Gesundheit habe. Ich glaube, ich sollte dabei bleiben. Tja. Wunder, dass uns da draußen nicht der Schülerrat abgefangen hat. Ja. Ich gehe zurück zum Wohnheim, um mich zu waschen und meine Uniform anzuziehen. Ich versuche den Drang, richtig lange und heiß zu duschen, zu unterdrücken. Warum? Ja, vielleicht hat er keine Zeit mehr. Keine Zeit.